Bhagavad Gita, Vers 4.12 Die Menschen dieser Welt streben in ihren fruchtbringenden Aktivitäten nach Erfolg und verehren deshalb die Halbgötter. Und selbstverständlich erhalten sie auf diese Weise sehr schnell die Ergebnisse ihrer fruchtbringenden Arbeit. Erklärung Über die Halbgötter bzw. Götter der materiellen Welt besteht ein großes Missverständnis und Menschen mit geringer Intelligenz halten, obwohl sie als große Gelehrte gelten, die Halbgötter für verschiedene Formen des Höchsten Herrn. In Wirklichkeit sind die Halbgötter nicht verschiedene Formen Gottes, sondern Gottes verschiedene Bestandteile. Gott ist eins und die Bestandteile sind viele. Die Veden sagen Der Höchste Gott ist eins, Krishna, und die Halbgötter sind mit verschiedenen Kräften versehen, um die materielle Welt zu verwalten. All diese Halbgötter sind Lebewesen, Nidhyanam, die unterschiedliche materielle Kräfte besitzen. Sie können dem Höchsten Gott, Narayana, Vishnu oder Krishna niemals gleichkommen. Jeder, der glaubt, Gott und die Halbgötter befänden sich auf der gleichen Ebene, ist ein Atheist, ein Pashandi. Selbst so mächtige Halbgötter wie Brahma und Shiva können nicht mit dem Höchsten Herrn verglichen werden. Vielmehr wird der Herr von Halbgöttern wie Brahma und Shiva verehrt. Shiva Virinji Nutam Aber seltsamerweise gibt es dennoch verblendete Menschen, die ihre Führer aus anthropomorphischen oder zoomorphischen Missverständnissen verehren. Iha Devataha bezieht sich auf einen mächtigen Menschen oder Halbgott der materiellen Welt. Aber Narayana, Vishnu oder Krishna, der höchste persönliche Gott, gehören nicht zu dieser Welt. Er befindet sich jenseits der materiellen Schöpfung. Das heißt, er ist transzendental dazu. Selbst Sri Parajankara Ajarya, der Führer der Unpersönlichkeitsanhänger, bestätigt, dass sich Narayana bzw. Krishna jenseits der materiellen Schöpfung befindet. Dennoch verehren törichte Menschen, Rit-Agyana, die Halbgötter, weil sie sofortige Ergebnisse wünschen. Sie erhalten die Ergebnisse, wissen aber nicht, dass diese Ergebnisse zeitweilig und für weniger intelligente Menschen gedacht sind. Der intelligente Mensch befindet sich im Krishna-Bewusstsein und für ihn ist es nicht notwendig, die armseligen Halbgötter zu verehren, um einen sofortigen und zeitweilen Nutzen zu gewinnen. Die Halbgötter der materiellen Welt, wie auch ihre Verehrer, werden mit der Vernichtung der materiellen Welt vergehen. Die Segnungen der Halbgötter sind materiell und zeitweilig. Sowohl die materiellen Welten als auch ihre Bewohner, einschließlich der Halbgötter und ihrer Verehrer, sind wie Blasen im kosmischen Ozean. In dieser Welt jedoch strebt die menschliche Gesellschaft wie verrückt nach zeitweiligen Dingen, wie zum Beispiel nach materiellem Reichtum, das heißt nach Landbesitz, Familie und anderen Annehmlichkeiten. Um solche zeitweiligen Dinge zu erreichen, verehren sie Halbgötter oder mächtige Menschen in der Gesellschaft. Wenn ein Mann einen Ministersessel bekommt, da er einen politischen Führer verehrt hat, glaubt er, etwas Großes erreicht zu haben. Daher kriechen sie alle vor den sogenannten Führern oder großen Tieren, um einen zeitweiligen Segen zu erhalten und tatsächlich haben sie Erfolg dabei. Solche verblendeten Menschen sind am Krishna-Bewusstsein nicht interessiert, das die Leiden des materiellen Daseins für immer beenden kann. Sie trachten nach Sinnesgenuss. Und um eine kleine Gelegenheit zum Sinnesgenuss zu erlangen, zieht es sie zur Verehrung der mächtigen Lebewesen, die als Halbgötter bekannt sind. Dieser Vers weist darauf hin, dass nur sehr wenige Menschen am Krishna-Bewusstsein Interesse finden. Sie sind meistens an materiellem Genuss interessiert und verehren daher einige mächtige Lebewesen.